Ich komme gerade aus einem Treffen des Verhandlungsteams des Europäischen Parlaments zu dem Vorstoß, terroristische Inhalte im Netz verhindern zu wollen, wie auch immer das gehen soll. Und jetzt seit neuestem ist wirklich die Katze aus dem Sack. Die deutsche Bundesregierung will nach Artikel 13, Artikel 17 jetzt auch den Terrorfilter. Das heißt, verpflichtende Uploadfilter, die terroristische Inhalte finden sollen, die extrem fehleranfällig wären und legitime Berichterstattung, Kritik und vieles mehr bedrohen würden. Das ist eine Katastrophe. Das ist das Gegenteil von dem, was die Bundesregierung versprochen hat nach den Protesten gegen Artikel 13. Und das dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen. Also die müssen sich jetzt warm anziehen und das lassen wir uns nicht bieten. Ich hoffe, ihr helft mit, dagegen zu protestieren und das zu verhindern. Es geht um die Freiheit des Internets. Es geht um die Meinungsfreiheit im Internet. Die dürfen wir uns nicht nehmen lassen.